Morgen um 18.05 Uhr erleben Sie, wie die Abenteuer von Patrick Parkhardt zu Ende gehen. Bitte so gut sein. Guten Abend! Alle Vögel wollen Drill, alle Vögel, alle freuen sich, wenn der Tag erwacht und ihr Drill kommt in den Napf. Wenn Ihr Vogel auch so munter und vergnügt sein soll, dann geben Sie ihm nicht irgendein Futter. Geben Sie ihm Drill. Denn nur in Drill sind abwechslungsreiche, ausgesuchte Saaten und die gesunden Natur-Jod-S-Elfkörnchen. Drill für ein langes, munteres Vogelleben. Gleich geht's los. Alles gecheckt. Nur noch Günters trockene Hals. Hier, nimm Paroli. Paroli-Halsbonbon. Flüssig gefüllt mit kräftigem Kräutergeist. Wenn's im Hals trocken wird, Paroli. Der starke, trockene Kräutergeist. Joghurt leicht schmeckt Joghurette. Sag mal, du isst Schokolade? Mhm. Joghurette schon. Joghurette? Ja. Probier mal, wie leicht Schokolade schmecken kann. Mhh. Tatsächlich schmeckt himmlisch Joghurt leicht. Hey! Ihr isst Schokolade? Ja, isst doch Joghurette. Probier mal, wie leicht Schokolade schmecken kann. Ja, die Joghurette, die schmeckt so himmlisch Joghurt leicht. Probieren Sie mal. Joghurette schmeckt himmlisch Joghurt leicht. Viele Menschen haben Probleme mit ihren dritten Zehen. Teils wegen der Haftung, aber mehr wegen Druckstellen und Reizungen. Und dafür empfehle ich jetzt Kukident Protesan. Das ist ein ganz neues Haftmittel. Es ist flüssig und hat als einziges den Wirkstoff der heilsamen Kamille. Kukident Protesan gibt doppelte Sicherheit. Es haftet sicher und hilft zusätzlich bei Druckstellen und Reizungen. Das kann ich auch Ihnen empfehlen. Kukident Protesan haftet sicher und hilft bei Druckstellen und Reizungen. Na, große Wäsche? Eine große Familie. Aber jetzt ist alles sauber. Poren tief rein? Natürlich. Auch gegen's Licht? Naja. So ein Schmutz geht bei niedrigen Temperaturen nicht immer raus. Doch. Alles, was Sie brauchen, ist Arjen. Ja, zum Vorwaschen. Und zum Hauptwaschen. Tja, aber... Lesen Sie mal. Ariel empfohlen für Vor- und Hauptwäsche. Ja. Schon bei niedrigen Temperaturen löst Ariel im Hauptwaschgang nicht nur oberflächlichen Schmutz, sondern holt den Schmutz auch tief aus dem Gewebe. Nun? Klasse. Die Bluse völlig rein. Sogar gegen's Licht. Alles ist so frisch und sauber. Ariel im Vor- und Hauptwaschgang macht die gesamte Wäsche wirklich sauber. Nicht nur sauber, sondern rein. Hey! Wilkinson präsentiert Kontakt, den einzigen Schwingkopfrasierer mit dreifach veredelten Klingen. Kontakt, Wilkinsons bestes Rasiersystem. Wilkinson, denn auf die Klinge kommt es an. Wenn sich ein großer Wunsch erfüllt, darauf einen der Besten, darauf einen Düscherdern. Waldi, jetzt gibt's deine Dockwurst. Ja, die schmeckt. Naja, heute mal ganz und morgen in Scheiben mit Flockis. Wie Dosenfutter. Und übermorgen auch zum Küchenfutter, damit alles besser schmeckt. Bieter Dockwurst. Zwei Sorten in einer Folie. Eine echte Vollnahrung von Bieterkraft. Sind Sie spontan? Dann steigen Sie ein in den neuen Justy 1000 von Subaru. Drei- oder fünftürig? Hey, der neue Justy! Der sieht ja toll aus! Zuschaltbarer Allradantrieb per Knopfdruck. Mann, der Subaru Justy! Ah, der mit Allrad! Hey, Leute! Der neue Justy! 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 Der spontane Spaß am Fahren. Der neue Subaru Justy 1000. Vielseitig durch Allrad. Was hier ausdrucksvolles Spiel ist für viele bitterer Ernst. Gelenkschmerzen. Vertrauen Sie bei rheumatischen Gelenkschmerzen. Togal. Togal wirkt rasch, schmerzstillend, entzündungshemmend und ist gut verträglich. Togal. Seit 70 Jahren bewährt. Seit zwei Jahren ist die Nordsee Deutschlands größter Öllieferant. Jetzt gilt es, die Zukunft zu sichern. Neue Bohrungen werden niedergebracht, vor Jahren gebaute Plattformen erweitert. Millionen Investitionen, auch wenn nur ein neuer Wohnblock in die Nordsee gestellt wird, für die Männer, die sich unter härtesten Bedingungen dafür einsetzen, dass Europa jahrzehntelang sicher und problemlos mit Nordseeöl fahren und heizen kann. Es gibt viel zu tun. Packen wir es an. Chips frisch, knusper, knapper, knackig frisch von Fanny frisch. Wo sind denn die ganzen Erkältungsmittel? Hier, ich hab für dich Vic Medinite. Da ist alles drin, was du jetzt brauchst. Hilft das auch gegen Schnupfen und Husen und Halsweh? Ja. Und gegen meine Kopf- und Gliederschmerzen? Ja, nur eine Medizin. Die lindert deine Erkältungsbeschwerden auf einmal... Vic Medinite, Erkältungssaft für die Nacht. Mit gut aufeinander abgestimmten Wirkstoffen. Neu. Jetzt doch in der kleinen Flasche. Für 9,95 Mark. Nun schlaf dich gesund. Dank dir. Guten Abend. Rickley Sperminkum, gum, gum, gum. Rickley Sperminkum, gum, gum. Rickley Sperminkum, gum, gum. Neben die große, echte Frische, was immer du tust, wo immer du bist, neben dem echten Rickley Sperminkum, damit du die echte Frische genießt. Rickley Sperminkum, gum, gum, gum. Denn echte Rickley Sperminkum hat 100% reine Minze. Rickley Sperminkum, gum, gum, gum. Rickley Sperminkum, gum, gum, gum. Verte Zuschauer, ich begrüße Sie sehr herzlich zum Samstagabendprogramm. Sie erinnern sich doch noch an den Film vom Winde verweht. Das ZDF hat diesen Klassiker am ersten Weihnachtsfeiertag zum ersten Mal im deutschen Fernsehen gezeigt. Entstanden im Jahre 1939 hat eben diese Romanverfilmung unsere Vorstellungen vom nordamerikanischen Süden geprägt. Ja, dass die Wirklichkeit dort ganz anders aussieht, beweist der Beitrag aus der Reihe Schauplätze der Weltliteratur um 19.30 Uhr. Wieder Film um 20.15 Uhr. Die Geschichte von der attraktiven Marnie, die bedauerlicherweise mit einer kleinen Unebenheit belastet ist. Vielen Dank. Danke. Danke.